Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Es geht weiter mit der Schritt-für-Schritt-Einleitung für den Marktplatz Ebay. Heute möchte ich mit euch gemeinsam das Verkäufer Cockpit Pro anschauen. Wir werden uns die Menüpunkte anschauen, wir werden uns anschauen, wie das Dashboard aufgebaut ist und wie man es für sich anpassen kann. Viel Spaß dabei, ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Ja, wie angesprochen, möchte ich hier mal einen Blick drauf werfen, wie das Verkäufer Cockpit Pro von Ebay aussieht. Und das schauen wir uns gleich mal direkt an, falls du neu auf diesem Kanal bist und du möchtest die ganze Schritt-für-Schritt-Anleitung nicht verpassen, aber auch andere Themen zu Bereich von E-Commerce, Online-Handel auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay, unbedingt diesen Kanal abonnieren. Drück die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr. Und gib dem Video jetzt schon mal einen Daumen hoch. Das motiviert mich natürlich, du unterstützt meinen Kanal und wir können hier als Community wachsen. Dann lass uns mal einen Blick drauf werfen. Ihr seht schon, ich befinde mich hier schon auf dem Verkäufer Cockpit Pro vom Verkäuferkonto Ebay. Und ich werde gleich Schritt für Schritt das Ganze einmal durchgehen. Wenn du gerade auch dich registriert hast bei Ebay und dir ein Verkäuferkonto erstellt hast, dann wird es bei dir genauso aussehen wie auch bei mir. Hier, du siehst es hier, ich habe hier alles noch auf 0 und dementsprechend möchte ich hier das Ganze Schritt für Schritt durchgehen. Beginnen wir einfach mal ganz oben. Wir sehen hier, wir befinden uns im Verkäufer Cockpit Pro. Wir haben hier unseren Ebay-Namen oben, da in Klammern die 0. Das sind unsere Bewertungen, die wir demnächst auch bekommen, wenn wir Artikel verkaufen. Aber auch für gekaufte Artikel bei Ebay bekommst du selbstverständlich auch von Verkäufern eine Bewertung. Und das pusht natürlich dein Verkäuferkonto. Und wenn du viele Bewertungen sammelst, wirst du seriöser für Käufer. Somit sehen die, dass du dementsprechend ein seriöser Verkäufer bist. Und bei dir kann man ganz ruhig und entspannt bestellen. Gehen wir mal weiter hier auf die Reiter ein. Wir haben hier eine Übersicht. Wir haben hier verschiedenste Reiter, die wir uns gleich mal ins Detail anschauen. Wir haben hier verschiedene Unterpunkte, wie du siehst. Und zuerst einmal hier auf die obere Zeile. Es gibt hier direkt Nachrichten, die du sehen kannst, welche ungelesen sind. Hier kannst du direkt in den Nachrichtenordner gelangen, beziehungsweise in die Nachrichtenübersicht. Es gibt hier übrigens verschiedene Wege, wie man hier auf verschiedene Dinge zugreifen kann. Nachrichten hast du beispielsweise auch hier oben. Siehst du auch direkt in Klammern, wie viele Ungelesene da sind. Man kann das natürlich auch hier über mein Ebay aufrufen. Also verschiedene Wege führen hier zu gewissen Punkten und Einstellungen. Dementsprechend, falls du es über andere Wege machen möchtest, dann ist das natürlich freigestellt. Aber man eignet sich eine gewisse Taktik an und dann kann man hier dementsprechend immer wieder darauf kommen. Des Weiteren haben wir hier die Übersicht noch nicht verschickter Artikel. Wir haben hier den Umsatz der letzten 31 Tage. Voraussichtlicher Service-Status, weil wir noch nichts verkauft haben. Unser Konto noch nicht aktiv ist, beziehungsweise noch nichts verkauft. Haben wir auch dementsprechend hier keine Bewertungen und keinen Service-Status. Und hier haben wir noch Recherche-Tipps. Das ist ein neuer Punkt. Das schauen wir uns in einem weiteren Video an, um hier zu schauen, was genau das denn ist. So, dann haben wir hier eine verschiedene Zuordnung von Übersichten, wie zum Beispiel Aufgaben, Umsatz, Bestellungen und so weiter. Diese können wir anpassen. Wenn wir hier oben auf das Anpassen-Symbol klicken, haben wir hier die Möglichkeit, verschiedenste dieser Menüpunkte entweder hinzuzufügen, aber auch rauszunehmen. Du siehst es hier. Damit lösche ich hier diese Statusleiste. Dann haben wir die Möglichkeit, auch diese ganzen Fenster verschieden zu positionieren. Wir können das per Drag & Drop einfach hier verschieben und sagen wir mal, Umsatz ist mir wichtiger, dass ich das im Überblick behalte. Dann werde ich das natürlich ganz oben haben. Wenn ich jetzt hier sowas hier habe und das nicht brauche, wo man sagt, ich möchte hier ein Konto einrichten, dann kann ich das auch löschen. Dann ist es weg. Dann kannst du hier natürlich anpassen, beenden und das Ganze wird dann dementsprechend gespeichert. Dann können wir hier einmal runterscrollen und uns anschauen, welche Fenster und Menüpunkte haben wir denn hier. Im Grunde genommen auch alles als Übersicht. Wir sehen direkt unsere Bewertungen. Wir haben hier die Angebote, die wir hier einsehen können. Und hier in den kleinen Zahlen wird auch direkt angezeigt, was genau wie oft verfügbar ist, beziehungsweise noch nicht bearbeitet ist, zum Beispiel bei den Bestellungen. Wir haben hier den Traffic, den wir sehen, wie viele Impressionen werden von unseren Angeboten angezeigt, wie viel Conversion Rate haben wir und vieles mehr Service Status. Kurz links, das sind beispielsweise Dinge, wo du schnell irgendwo hingelangen kannst, wie zum Beispiel zu den Einstellungen, womit wir uns auch noch beschäftigen werden in dem weiteren Video. Denn bevor wir überhaupt das erste Produkt hier auf Ebay verkaufen, müssen wir alle Einstellungen korrekt haben, damit das rechtlich auch Hand und Fuß hat. Wir haben hier Verkäufer-Tools verschiedene, wo wir gewissermaßen auch Marketing betreiben können, um hier unsere Produkte weiter zu pushen. Verkäufer oder Mitteilungen für Verkäufer. Hier sehen wir aktuelle Nachrichten von Ebay direkt und können hier direkt auf dem aktuellsten Stand sein. Bei den Monatslimits, das sind unsere Limits, wie viel Produkte und wie viel Umsatz wir machen können. Das sind natürlich gewaltige Zahlen. Oft war es so, dass man erst mal, zumindest war das früher so, dass man zuerst einmal nur eine begrenzte Anzahl an Artikeln online stellen konnte. In dem Falle hat Ebay das hier alles offen gestellt. Wir haben hier die Möglichkeit, 75.000 Produkte, wie ich verstehe, monatlich sogar zu verkaufen und einen Umsatz von über 700.000 Euro zu generieren. Da muss man erst mal hinkommen, bevor man das überhaupt überschreitet. Ansonsten hat man hier die Möglichkeit, auch das Limit zu erhöhen. Da muss man dann einen Antrag stellen. Hier siehst du nochmal, dass du auf den Plusklick einmal wieder alles verändern kannst. Also du hast hier, wie gesagt, viele Wege, um das Ganze hier zu gestalten und zu verändern. Lass uns mal die Menüpunkte hier oben nochmal anschauen. Also hier bei Bestellungen haben wir die Möglichkeit, uns verschiedene Übersichten anzeigen zu lassen. Im Grunde genommen immer der Reiter drüber beinhaltet die Unterpunkte. Hier handelt es sich hier dann alles, was Bestellungen angeht, wie zum Beispiel bezahlte und verschickte Bestellungen, Abbrüche, Rückgaben. Das Ganze werden wir uns auch in den weiteren Videos anschauen, wie genau du was bearbeitest oder womit du wie umgehst. Bei Angeboten haben wir hier die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu machen. Aktive Angebote, nicht verkaufte Artikel. Wir können hier auch Artikel direkt erstellen, Angebote erstellen, als Entwürfe speichern und vieles mehr. Marketing, was ich schon bereits gesagt habe. Wir haben hier verschiedene Tools, die wir nutzen können, um hier unsere Produkte weiter zu pushen, um ein bisschen den Verkauf zu fördern. Ebay Shop, dazu kommen wir auch in einem weiteren Video darauf zu sprechen, ob du überhaupt einen Shop brauchst oder nicht. Das erfährst du auf jeden Fall und kannst dann für dich entscheiden, ob du hier ein Abonnement abschließt oder nicht. Performance, da sehen wir unseren Service-Status, unser Traffic, was auch schon hier unten in der Übersicht angezeigt wird. Zahlungen, da haben wir die Möglichkeit, dann gewisse Abrechnungen herunterzuladen. Wir können alle Transaktionen anzeigen, um unsere Verkäufe auch nachvollziehen zu können und zu sehen und zu vergleichen, ob denn alles rechtens abläuft hier. Marktplatzanalyse, dazu gibt es ein spezielles Tool-Therapie, Produktrecherche, darüber habe ich bereits schon mal ein Video gemacht. Schaust dir gerne hier oben in der Infobox oder natürlich unten in der Videobeschreibung, sowie alle weiteren Informationen, die ich hier mit euch teile, findet ihr auch gerne natürlich in der Videobeschreibung. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, verschiedene Berichte herunterzuladen. Da geht es um Angebote, kannst du dir auch anschauen, aber das ist eher sowas Unwichtigeres. So, das ist im Grunde genommen alles, was hier auf dem Dashboard und im Verkäufer-Cockbrett-Pro zu sehen ist. Falls du dazu Fragen hast und du gewisse Punkte nicht findest, dann schreib gerne unten einen Kommentar. Ich werde so schnell wie möglich darauf eingehen und dir natürlich weiterhelfen. So, im nächsten Video, was du dir gerne anschauen kannst, geht es hier um die weiteren Einstellungen beim eBay-Verkäuferkonto. Schau dir das unbedingt an, bevor du überhaupt dein erstes Produkt online stellst. Und sonst natürlich, wenn dir das Video gefallen hat und hilfreich war, gib dem Video einen Daumen hoch. Das fördert meinen Kanal und wir können hier als Community wachsen und uns unterstützen. Und vergiss natürlich auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Ciao.